Vielleicht kriegen wir in der heutigen Aufnahme-Session zumindest Screwball erledigt. Schau mal. Das ist total toll. So, da fliegt er weg. So, nächste Fotobombe. Bam! Ja, lachende Afe-22, ich finde das auch sensationell, dass du kein Abo hattest. Wie kann man beim besten Stream der Welt kein Abo haben? Also bei mir. Ich habe hier zweimal die Dinge gekriegt. Warum das denn? Ich halte das ewig durch. Echt, ich auch. So, ciao. Okay, habe ich noch drin? Sehr schön. Aua. So. 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 ich finde das total toll das gibt es nicht ach man ich hasse es ich hasse sowas wirklich weil ich auch immer versuche die Fotobomben zu machen das ist mein Problem glaube ich weil ich echt auf Punkte gehen will und die Fotobomben erledigen will aber das ist einfach Quatsch also ist mir auch egal mittlerweile ich mag nicht mehr so ähm ja weg hier achso gab es sogar noch eine Fotobombe wollte ich gar nicht so ja tja tja das wollte ich gar nicht ich sehe nichts ich weiß nicht wo ich bin das macht es schwierig nein nein ah möglich das war jetzt ganz cool jetzt habe ich alle runtergeworfen vom Dach die mir gerade auf den Sack gingen schön ich hasse das manchmal wenn du ausweichst und das klappt nicht so einer fehlt noch der dicke fehlt noch so weg mit dir ich muss die scharfe zuerst ausschalten so ich zeig dir was drauf macht so ich zeig dir was drauf macht ich zeig dir was drauf macht wir haben noch eine Minute 10 Sekunden geil okay und wie viel fehlen noch okay und der noch und so Farm Gott sei Dank ach ich bin gerade ganz schön zufrieden mit mir und jetzt zur Jurybewertung alle 10 die 10 super Gott sei Dank haben wir das was das sind doch 5 screwball Dinger verdammt ich dachte es sind bloß 4 gut okay ein fest ein fest so ja schauen wir mal ob wir das ja auch jetzt so relativ einfach hinkriegen ich wollte dich mal melden hast du das zu tun ja schon wie läuft's mit den aufgaben meinst du hausaufgaben oder spinnenaufgaben beides aber schule geht vor die schulsagen sind fertig ich sitze gerade in den spinnenaufgaben aber warum lässt du mich Physik und Analyses befinden sollte ich nicht mit Netzschießern und Geräten uns üben okay quizfrage wenn ein pendel 40 meter lang und in einem winkel von 45 grad befestigt ist wie tief fällt es an seinem tiefsten Punkt 1172 Meter ist das wichtig es ist sehr wichtig wenn du das Pendel bist was warte du rechnest das alles im Kopf aus ich meine während du durch die Stadt schwingst das muss ich und du auch wenn du gut darin werden willst das wusste ich nicht okay dann mach ich lieber weiter dann bin ich lieber Flash als Spider-Man weil äh ja das so im Kopf berechnen nö übrigens toll das sind so viele Leute und keiner klaut den Beamer finde ich schön ähm stell dich mal vor du machst gerade was und du musst gerade während du das machst musst du im Kopf berechnen was du jetzt gerade machst damit das funktioniert äh nein okie dokie ich wär kein Spider-Man da bin ich lieber Flash da muss man nur laufen und selbst da gibt's genug zu beachten ist auch wieder Kampf hier einfach ne ja ich wär nicht ich wär nicht Ah voll ich wär nicht die ich wär nicht mit es vor in äh sieht aus ich sind ich Das ist eine sehr gute Frage. Äh, hallo? Das Spiel ruckelt. Oh. Äh, warum ruckelt das Spiel? Was das heißt? Äh, what? Ich hasse Arketenwerfer. Ciao. Ich finde es total toll, dass das Spiel jetzt immer ruckelt, wenn ich irgendwie die Attacke beende oder wenn die Fotobombe vorbei ist. Dann ruckelt das Spiel. Ist irgendwie doof. Oh, noch mehr von meinen Fans. Oh, mit dir fühlt sich ein Mädchen wirklich geliebt. Toll. Hier noch der Fotobombe ruckelt das Spiel. Oh. Der wollte gerade auf mir landen und dann, äh... Knappe, du bekämpfst die auch nicht gerade. Was ist denn das denn jetzt für Dinge hier eigentlich? Ich will den Grattler da oben! Das ruckelt gerade, weil das bremst mich echt ein bisschen aus, beziehungsweise, äh... Es macht das Ganze etwas ungewohnter. So, komm, dann kriege ich den zweiten Autot. Nein! Äh... Können wir das Ruckel mal sein lassen jetzt? Alter! Wieso ruckelt das? Was? Oh, fuck it! Toll, danke! Das Schlimme ist aber wirklich, du kämp... Ich kann gegen... Ich kann nicht mehr gegen die Luft kämpfen, weil ich die nicht mal richtig greifen kann. Äh... Boah! Wo findet sie diese Typen? Ich bin so froh, wenn das mit diesem elenden Kämpfen hier vorbei ist. Also dieses... Das ist wirklich einfach mega absurd. Oh! Ich will's! 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 Oh, yeah! Meinen neuesten Felsenland! Mit der neuesten Streaming-Technologie! Hammerheads, Leute! Warum ausgerechnet Hammerheads, Leute? Das ist eine sehr gute Frage. Die beantworten wir euch natürlich in der Fortsetzung! Mach! Wie! Volke Bombe! Ah, das war falsch. Das wollte ich. Stimmt! Äh... Ich glaub hier nicht. Boah, ich bin doch ausgewichen! Das gibt's doch nicht! Wieso krieg ich... Wieso krieg ich... Weil du mir auf den Sack gehst! Wieso krieg ich... Weil du mir auf den Sack gehst! Lustigerweise ist da der Dingens hier! Der Raketensäppel! Den ich eh platt machen wollte! Äh... Ist das anstrengend! Nicht vergessen! Liken! Teil! Abonniert! Ich halte das jeden Fall! Das... Wird etwas... Unfair! Sorgen wir... Für gerne... Was ist das für mich? Die Frau ist echt anstrengend, möchte ich betonen. Das ist ein Regenwerfertyp, den muss ich eh platt machen. Von daher bietet sich das gerade an, die Fotobombe. Ach komm, nicht noch mehr, Leute. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Äh... Mach ihn fertig! Oh, Zero, okay! Taisein, das Fotobombe! Nein! Ich hasse es, echt! Oh, Spider-Man! Du wirst langsamer als einer... Ach Gott! Das ist so übertrieben dämlich einfach, diese Kämpfe. Ganz ehrlich, das ist einfach so übertrieben dämlich. Wird wohl Zeit, jemanden zu sperren! Du kämpfst alleine gegen 100 Leute, natürlich! Das ist echt ein bisschen arg affig. Und natürlich, dann weißt du, es reicht nicht, dass du halt dann die Gangster hast. Nein, du hast dann auch noch die Hammerhead, Leute. Und natürlich alle mit absolut mega krasser Technologie. Und was hast du? Ein paar Gadgets, die teilweise nicht mehr funktionieren, weil natürlich jeder, ähm... Äh, Vorkehrungen gegen diese ganzen Gadgets trifft. So... So... Ich weiß übrigens gar nicht, wenn ich als erstes Blatt machen soll hier. So. Ja. Mann, ey. Super. Ich würde den Blatt machen, weil die Flugdinger nerven mich am meisten tatsächlich. So. Nein. Ich will dich. Komm her. Ciao. Okay, ciao. Weg mit den Flugdingern. Wie gesagt, die nerven mich am meisten. Oh, Alter. Natürlich. Ach, komm, natürlich. Noch mehr Raketenwerfer. Natürlich auch ganz wichtig, das Ganze so nah machen, dass du ja nicht die Gelegenheit hast, da in irgendeiner Art und Weise gegenzusteuern. Ja. Da ist echt Feuer drin. Ich mag dich mal. Äh. Könntest du jetzt bitte hier... Okay, zwei Stück noch. Das soll jetzt kein Problem sein, hoffe ich. Und... Ciao. Ziemlich gut. Aber bei meiner Arbeit reicht ziemlich gut. Ach. Ähm. Passabel. Oh, Gott. So. Äh. Ein Fest. Jetzt gehen wir mal da hinten hin. So. Ich muss jetzt nochmal eben... Halt. Da ist ein Foto irgendwo. Wo? Ah. Was ist das denn? Ein Riesenhund. Leute, wir müssen nochmal über diese Livestream-Egomaniin sprechen. Screwball. Wenn genug, dass sie in ihrer Show den arzistischen Spider-Man glorifiziert. Aber ihre sogenannten... Shows bringen auch hart arbeitende New Yorker in Gefahr. Nur damit sie einen Follower bekommt. Was immer das heißt. Merkt denn niemand, dass sie mit ihren lächerlichen Aktionen nur um Aufmerksamkeit bettet? Kommt schon, Leute. Ihr seid doch nicht blöd. Wer ihre Show ansieht, schadet sich einfach nur selbst. Sie fragen, was soll ich sonst machen, Jonah? Ich weiß es. Schalten Sie meine Show ein. Denn die Wahrheit kann niemals schaden. Verdammt. Das ist gut. Schreibt das auf, Jared. Das nehmen wir für die nächste Provo. Hm. So kommen Marketing-Ideen. Sehr gut. So. Schauen wir mal. Ich müsste jetzt gleich mal ganz kurz einen Break machen. Flur mal eigentlich. Hm. So lange wollte ich heute eh nicht mehr machen. Dann schauen wir mal, dass wir das hier schnell hinkriegen noch. Ich würde dann tatsächlich das hier fertig machen und versuchen, den Cut zu machen für heute. Gucken wir mal. So. Schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ansonsten. Das war auf jeden Fall noch fertig. Ich musste, wie gesagt, ganz kurz den Break-Cutter machen. Toll. Was muss ich jetzt machen? Gut, dass meine Geräte so klasse sind. Aufprallnetz und Elektro-Dingens. Okay. Hä? Ach Gott. Oh Gott, ist das affig. Ich muss... Echt? Was, wenn du beide Geräte benutzt? Du hast ihn doch! Jetzt mach ich's fertig! Oh, ist das anstrengend. Achso, ich muss die da hochpushen. Toll! Toll, Fotobomben! Wieso kommt jetzt keine Fotobombe? Ich hab den genau drauf gehauen. Super! Nein, Greg! Lass das! Poi! Aus! Ich benutze beide Geräte, du blöde Nuss! Oh nein, er benutzt ein Elektroschocker! Äh... 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 Zum Glück stehen hier... Gebäude... Zwei Geräte, du benutzt auch beide! Äh... Ich hab beide... Nicht deine Liga! Halt! Ich glaub, das waren die letzten, die hier sind. Das Problem ist, das ist echt nicht einfach. So... Wie viele noch? Ach... Okay... Gott sei Dank! Das ist ja toll! Passabel, sagt sie! Ich bin froh, dass ich das hinter mir hab! Oh! Das war anstrengend! So! Oh, toll! Wieder so ein Netzdingens hier! So! Schön! Gut, ich würd sagen, wir schwingen da noch hin. Dann mach ich aber für heute den Cut, weil wie gesagt, ich muss morgen echt früh aufstehen. Ähm... Ich muss nämlich echt um 5... Um 5 Uhr muss ich aufstehen, ja? Äh... Von daher wird es etwas schwierig. Machen wir heute früher Schluss. Aber in der nächsten Runde, oder morgen besser gesagt, im nächsten Stream, machen wir dann das fertig. Was heißt, äh... Wir machen Screwball alle. Und dann machen wir eine Mission weiter. Aber dann ist Staffel 3 hier beendet von Screwball. Wäre sehr schön. So, komm her! Da sind wir auf dem Dach oben. Da sind wir auf dem Dach oben. Ich hoffe, ich kann die alle runterschmeißen, dann das wär schön. Das würde es mir relativ einfach machen. Aber gut, lassen wir uns überraschen. So. Schnell hier hoch. Klack! Da-da-dam-dam-dam-dam-dam-dam. So! Gut! Dann haben wir das. Und, dann machen wir jetzt einfach den Cut. Und, dann... sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder in der nächsten Session und dann heißt's, Screwwall vernichten. Würde mich sehr freuen, wenn das dann vorbei ist. Jetzt aber lieben Dank fürs Zuschauen, danke fürs dabei sein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!